hi leute eure claudi und zwar mein sohnemann kam zu mir und sagte mama du hörst doch so gern die marsch ich habe ein video für dich und zwar ist es ein kleiner junger der sos singt mario eduard zehn jahre alt in dem video soweit ich weiß ich habe noch gar nicht reingehört wir werden mal sehen was das ist und wir fangen mal an ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schönen Tag. Total am fang. Total am fang. Oh wow, das war entzückend. So ein kleiner Mini-Dimache. Sag ich jetzt, ja. Oh, das wird mal ein großer. Das wird ein großer. Glaub mir das. Wie er schon mit der Stimme umgehen kann. Und er hat, glaube ich, auch wirklich die Version genommen von Dimash. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, wie. So goldig, so goldig. Och, Mario Eduard. Merkt euch den Namen. Wir werden noch einiges von ihm hören. Glaubt mir das mal. Wow. Ich schüttel's noch. Ich krieg die Gänsehaut gar nicht runter. Es ist so schön gewesen. Danke an meinen Sohn. So Leute. Und das war's von mir heute. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, wisst ihr schon Bescheid. Subscribe. Thumbs up. Und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Bye, bye. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.